ARD Text im Auftrag von Funk Aber dann erklär du mal, lass mal den Geisendil von so. Sind wir denn in einer ganz normale Familie? Geht zu füllen, gar keine Ahnung, dass es geöffnet. Nein, wie die Leute. Da geht es, wie die Leute. Das siehst du, Mann. Ich will an dem Inspekterschrubildchen heute den Superschemp, auch das geht den Gangster in die Handwerk gelöst. Merci Superschemp. Wie viel da ist dann? Entschuldigung, Mann. Super. Das lagen hier. Da lagen hier noch nicht, keiner gelehrt wird. Was macht ihr der Weekend? Die liegt ganz komisch. Mach doch ihnen ein bisschen. Gewinnmachtdrohung. Gibt Prinz Luke. Lasst von jetzt unseren Sofis mit der Taya Savrentado. Wir werden reißen, wenn du auch nicht stößt, Alter. Ruf den Superschemp. Wir? Der Superschemp, den hast du schon lange verschwommen. Da fand ihn, die ne fünd. Das ist mit mir nur ein Problem. Geh doch mal ab! Geh doch mal ab! Ich muss ihn nachher verfahren, wenn wir untergrenzen. Ernie. Mette. Halte Caprich. Ich stehe. Kannst du nicht mich fliegen? Sechs Sekunden lassen uns weiter. Stopp! Ab. Mach mir leid. Das kann ja nicht. Juppie! Willst du den Kaffee? Willst du den super, super stark oder echt normal?